Hallo liebe Plüschies und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Bella Zara. Wie ihr das schon kennt, wir werden uns jetzt ein wenigstens um Thunder kümmern, damit Thunder bereit für den Tag ist, damit wir mit ihm heute die Aufträge erledigen können. Weil uns fehlt ja nur noch ein Flirr, uns fehlt nur noch Bella. Yay! Und das ist etwas laut. Das ist schon besser. Das ist sehr angenehm, das zu hören. So. Ähm. Ja, das passt doch fast schon wunderbar. Das ist auch super und schon geht Thunder wieder gut. Wir werden uns jetzt wieder an die Pinnwand machen. Wir haben ja das letzte Mal uns damit beschäftigt, dass wir mit Thunder einen Ausflug durch alle drei Gebiete gemacht haben, um ihn, um mit ihm, ähm, genau, um seine ganzen Sachen freizuschalten. Ich hoffe, wir hatten doch noch irgendwas vergessen. Genau. Einen Moment. Wir können ja noch gar nicht, ähm, alles machen, weil wir das Problem haben, dass wir noch einmal mit Juhl wohin müssen. Und zwar müssen wir mit Juhl nochmal in den Weißwasserstrand, um dort das zweite Tor am Regenbogen aufzumachen. Ja, jetzt haben wir ja dieses Rote. Naja, egal. Ähm, weil, wie wir das hier schon mitbekommen haben, äh, hatte ich gedacht, beide Tore sind mit Thunder offen zu öffnen. Aber das ist, da muss ich doch nochmal mit Juhl los. Ähm. Ja. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht ganz so lange, weil, ähm, wir wollen ja auch etwas, naja, eigentlich ist das ja ein sehr kurzes Letzplay, muss ich dann ja zu mir sagen, weil wir sind gerade erst mal bei Episode 9 oder so. Ich glaube, es wird maximal 11 oder 12 Episoden haben, das heißt, es wird ein relativ kurzes Letzplay. Ähm, ich könnte es natürlich verlängern, indem ich sage, wir reiten dann auch durch die Gegend und suchen alle Karten, aber das wäre ja punktuell Blödsinn. Ehrlich gesagt. Also, ich finde es blödsinnig, weil ich es irgendwann langweilig finden würde, nur durch die Gegend zu reiten und Karten zu suchen. Deswegen, würde ich sagen, machen wir alle Aufträge, holen uns alles aus dem Laden und, äh, schalten alle Pferde frei und, ähm, das ist ja dann kein 100% Run, nein. Aber, ich kann nicht wirklich. So, hier nochmal beim Regenbogen drüber. Ich glaube, das ist nicht allzu laut. Rainbow! Homiland! Und wir gehen wieder zurück zur Farm. Leonardo! Ich habe Leonardo freigeschaltet. Konfu und das war's. Die Pinnwand, genau. Hier wollen wir rein. Ähm, wir suchen jetzt nach Finnos verlorenen Hut. Und wir gehen wieder zurück zur Farm. Was ich natürlich auch machen kann, ist, dass ich hingehen könnte und, ähm, das alles verkürzen könnte mit, ähm, die Folgen. Das heißt, dass ich anstatt, äh, Folgen, die fast 20 Minuten lang sind, wo was viel beinhaltet, dass ich dann nur noch, ähm, Sachen mache oder so. Glückwunsch, du hast den Hut gefunden, jetzt bleibt sein Kopf warm. Genau, jetzt bleibt sein Kopf warm. Das war jetzt keine lange, ähm, das war jetzt keine lange, äh, dass ich dann so nur noch die Folgen so zwischen 10 und 15 Minuten mache, weil wir dann zwar weniger schaffen am Tag, aber das Let's Play würde sich noch ein bisschen ziehen. Ähm, das würde ich mir mal überlegen. Bis morgen vielleicht. Mal schauen. Wir machen jetzt weiter. Und zwar Meisterin des Pfades im magischen Obstgarten. Dann wollen wir doch mal was machen. So, wir müssen jetzt mal sehen, dass wir den Golfpokal gewinnen können. Wenn du im Ziel bist, bevor die Teil abgelaufen ist, bekommst du eine Belohnung. Das finde ich super. Wir wollen jetzt mal gucken, wo lang sie uns führen. Wir müssen hier erstmal rüber. Wir müssen einmal hier lang und der Baum wird uns nicht durchlassen. Ich muss sagen, das ist ja abzuschätzen, dass man da richtig, äh, ideal rüberkommt. Das ist einfach, nein, das ist nicht. Ähm. Genau, letztendlich war das, glaube ich, eine sehr gute Idee, dass ich mit Fanda vorher durch die Gegend kippen bin, weil ich genau wusste, dass ich diese Togen nicht musste. Und ich bin immer noch auf Joule unterwegs, fällt mir gerade auf. Das heißt, es wird halt nochmal eine Folge mit Joule. Wir müssen jetzt erstmal dahinten lang. Ähm, ja. Geht da. Ich muss jetzt hier einfach mal gucken, dass ich das hier mit Joule auf die Kette bekomme. Ähm. Warum, warum hab ich denn nicht gewechselt? Na gut, dann machen wir nächste Folge dann halt einfach mit Fanda weiter. Und dann können wir vielleicht mal gucken, wenn wir damit Fanda einmal... Oh, hier haben wir nämlich schon den Salat. Hier muss ich nämlich jetzt mal abbremsen. Ähm. Hä, willst du mich jetzt verarschen? Warum, warum willst du denn... Hallo? Ida! Warum will sie denn jetzt nicht da rüber? Ja, das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Das ist jetzt ehrlich gesagt sehr blöd. Willst du mich gerade verarschen? Wir starten das jetzt nochmal neu. Und... Wir hoffen jetzt einfach mal, dass Joule jetzt darüber will. Weil ansonsten, wenn das ja nicht gut funktioniert, äh... Vielleicht funktioniert das ja dann, weil ich mal das Pferd wechsle. Äh, warum... Also ich jetzt... Ich hab das... Ich bin jetzt abgebremst. Um perfekt über den Sprung... Sprung, sag ich jetzt mal, drüber zu kommen. Aber sie wollte nicht. Ja! Ich hab wieder Nachricht, dass ich... den Abonnenten abonnentieren kann. Ja... Genau. Da war mir eigentlich klar, dass ich wieder nur von einem Abonnenten kommen kann, weil die irgendwie am aktivsten sind am Tag. Hm? 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 Ich muss jetzt vielleicht während des Sprunges schon in die Kurve reingehe, damit ich so gut da rumkomme. Ansonsten bleib ich vor dem Hintergrund hängen. Und das ist vielleicht relativ weit außen. Ah, jetzt hat's funktioniert. Äh, wir können gerade mal sagen, dass ich relativ weit nach außen gehe, damit, ähm... und damit ich gerne die Kurve habe, die groß genug ist, um da lang zu kommen. Das macht Juli super, aber ich hab jetzt das Problem, dass ich jetzt während ich, äh... nicht so weit nach außen und rum reiten, aber ich reite durch die Mitte. So... Dann wollen wir doch mal weiter reiten. Yeah, jetzt einmal kommt vielleicht bloß Wasser durch. Ich freu mich. Ah ja. Ja. Wir haben noch ein paar Sprünge, hoffentlich. Ich muss sagen, ich kann noch etwas... Ah ja, die Zeit ist unterboten. Du bist die schnellste Reiterin im Wald. Im Wald? Okay. Okay. Ich muss sagen, oh, mein Pferd ist müde. Ähm, ja, da kümmere ich mich gleich drum. Äh, dann wechseln wir doch mal, weil ich würde mal sagen, eins schaffen wir noch. Wir haben zwar nur noch knapp Fragen Minuten, aber eins schaffen wir noch. Mal gucken, was wir dann noch machen können. Ähm... Wir kümmern uns um die Fee. Genau. Okay. Was ich gerade sagen wollte, äh, ist... Ich kann mich überhaupt nicht an, äh, das erinnern, ehrlich gesagt. Gleich, wenn wir fertig sind, dann kümmere ich mich nochmal um beide Pferde. Sowohl um Sander als auch um Juhl. Da ist nämlich unsere Fee, die wir brauchen. Fertig! Glückwunsch! Du hast die Fee, du hast der Fee, du hast der Fee die Nachricht gebracht. So. Oh! Hups! Angel! Angel! Gut gemacht! Du hast Angel. Sie wurde deiner Kartensammlung hinzugefügt. Ich habe genau den Auftrag gemacht. Kaskador! Gut gemacht! Ähm, den Auftrag gemacht, den, ähm, ich noch gebraucht habe für Fiona. Ähm, natürlich werden wir nächste Folge mit Panda weitermachen. Fiona wird erstmal noch ein bisschen im Stall stehen bleiben müssen. Dann werden wir jetzt nächstes Mal weitermachen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und auch Spaß gemacht. Und, ja, wir sehen uns dann bald wieder. Ciao, ciao! Ciao!